so da wollen wir mal spiel starten play the game so dann gucken wir mal ja wenn du so auf normal stelle ich weiß ich habe für ihn nur kurz zu toll gespielt das erste das war es dann damit ich mal so ein bisschen überblick habe wie was funktioniert also ich komme da mit null ahnung rein macht nix gewöhnt sich schnell dran du bist der jüngste von uns du packst das wien talent was schön was haben wir denn hier uneilige bindung ich baue erstmal schneller so dann gucken wir mal wie war das hier ach so ach ja wie war das hier mit dem in uns herschieben noch also karte war wegen hier ne ja aber ich glaube die musik ist ein bisschen laut ne noch mal die musik ein bisschen leist audio die macht irgendwann rammdösig die musik finde ich oh aufgeben könnte ich auch wenn ich wollte will aber nicht noch nicht das wäre schön noch nicht ach so rechtsklick war das ne war das rechtsklick ja so mussten wir irgendwas bauen da gott was habe ich denn hier für hübsche ach ich habe wilde für gottes willen na gut kann ich lakain ich kann lakain bauen okay so lakain ne du nicht du hier hin du mit dem großen hammer kommst woanders hin lol kann das noch mit dem gebäude bauen boljas kann mich hören ey boligude alte socke boljas boljas hi ich kann dich hören so äh okay ich hab mal hallo gesagt ich hab mal hallo gesagt weiß noch einer wie das mit dem häuser bauen war wenn es so weiter bei euch so läuft dann werde ich euch früher oder später alle überwenden bei mir läuft es gar nicht etwas anders was das man könnte jetzt gegenseitig im stream nachschauen gell neeein könnte man könnte man könnte man neeein ähm ähm macht man nicht Gott ja 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 defensiv stellung halten patrouillieren angriffsbewegung kann die balismus kriegstreich oh ich hab keine oh ich spiel untote ja ja kann ich noch nicht bauen ne ne ähhhh komm wir gehen mal bisschen auf patrouille mal gucken was hier oben so los ist geh mal los schau'n gleich aufs maul oder oh hier sind viecher ja genau angriff ich weiß nicht was die viecher bringen ach ich glaub die geben futter oder? war das nicht so? ja ja tiere geben futter und sammelt mal das futter ein hier da auch noch also hier sind auf jeden fall noch kristalle ich will mal den blauen kristalle da rein oh 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 dinos aber jede menge hab ich eigentlich gar keinen heiler dabei? du bist angegriffen? wer greift mich denn an? achso ich wollt grad sagen für einer von euch ist schon bei mir eine base und macht randale das lässt sich einstellen das lässt sich einstellen das lässt sich bewerkstelligen das lässt sich oh 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 triceratops randa ja schöne schnitzel zum abendessen mal alles einsammeln hier wer ist das da? honki? jo rot bist du? ja geh weg mach dich ab heißt es oh nein nein der macht meine leute hier platt und kaputt gemacht greifst du sie an? ja wir haben uns zufälligerweise getroffen ich wollte abhauen sie verfolgt mich achso ja wenn es sonst nichts ist da musste ich mich wehren ja was ist das hier? ah ok ausbohr geht noch nicht jetzt muss ich erstmal wieder neun jahr ausbuchen den kannst ja nicht so viele machen von dem großen siedlungsverbesserung passt so gut aha ok jetzt die KI wird härter als ich denke du hattest gar keine großen dabei ne? doch mein großer war dabei ich hab den gar nicht gesehen zack 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 steht kurz vor der Erschöpfung ja hab ich gesehen so machen wir mal hier jemanden auf Erkundung parieren Baubefehle ach da haben wir es doch machen wir mal eine Farm dann haben wir hier was haben wir da? Baubefehle Lager der ist zum Kämpfen glaube ich gedacht die anderen sind glaube ich hier sind nur zum Arbeiten so der ist zum Kämpfen glaube ich gedacht die anderen sind glaube ich 2 1 und genau 0 und geht es auch noch da hin ben Ah, ich bin am... Gehst du auch nochmal da hin? Das ist aber hier. Okay. Da ist noch nicht viel drin im Lager. Das wird interessant. Hier oben sind ja meine Leute gestorben. Hier. Aber Fleisch haben wir mitgebracht. Da ist ein neuer. Da sind sogar zwei neue. Baut mir... meine Grabstätte. Ist das noch immer zu bauen? Das andere dauert noch. Hey, M. Gallus. Danke fürs Folgen. So, jetzt gehen wir mal irgendwo hier hin und schlagen mal irgendwas. Was haltet ihr davon? Schlagen mal irgendwas. Ich war auch nicht verprügelt andere. Was können wir hier machen? Ah, guck mal. Ah, da brauchen wir mehr Essen. Ah, was ist das hier? Blasrossschütze. Du baust... Ah, geht noch nicht. Wir müssen erst noch Essen sammeln. Würde ich mal sagen... Gehen die hier mal... Ah, shit. Geht ihr mal hier hin. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Beete. Müssen wir ja Essen... organisieren. Was ist das? Noch eine Lagergruppe? Brauchen wir die? Ja, komm. Machen wir noch eine Zweite. Achso, ihr seid ja nur zum Kämpfen, ne? Ach, shit. Dann gehen wir mal anders hin. Gehen wir mal hier hin. Und die beiden... Gehen mal... Da hin. Jetzt machen wir hier. Den machen wir auch mal. Ähm... Das ist wahrscheinlich auch zum Kämpfen. Ja, ich guck jetzt mal mit da hin. Na, wer ist der Gelbe, der da kommt? Wer ist der Gelbe? Wer könnte das denn sein? So. Noch ein davon. Noch ein davon. Haben wir noch Militär. Wo lauft ihr denn lang? Geht ihr da? Geht mal da. Das ist nicht so weit. So. Der wird hergestellt. Der wird hergestellt. Da muss noch einer rein. Geht da hin. Das ist Armee. Ihr geht da hin. Ihr sammelt auch nicht. Ihr geht auch da hin. So. So. Du baust mal. Ach. Haben wir die hier schon irgendwo? Nee. So. Mal den hier alles. Oh. Was ist das? So. So. Mal hier nochmal. Das ist aber ein bisschen länger, bis die gebaut sind. Ist das da hin? Nee. Glauben wir nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Unterkünfte, ne? Ja, hab ich schon geguckt. Wo sind die denn hier? Ach, das heißt Mausoleum bei mir. Das dauert. Heißt Mausoleum. So. 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 Dann bauen wir. Da noch eins hin. So. Ist das Ding fertig? Ja. Nee. Ist nicht fertig. Ach, das Ding mal fertig. Ist schon fertig. Alles klar. Braust du mir? Das Ding. Das Ding. Was bist du? Du kommst dahin, du kommst auch dahin, du kommst auch dahin, du kommst auch dahin, great. Jo, brauchst du mir nochmal ein, ah, da brauchen wir noch ein bisschen Essen, und wir brauchen noch Melton. So. Ich geh auch mal ein bisschen sammeln. Wir brauchen mehr Essen. So, hab ich besser gebaut? Ja, jetzt haben wir Essen und alles dran, ne? So, seid ihr euch schon da am Käppeln da oben? Ja, klar. Ihr seid so still. Hochkonzentriert. Ja, ja, wir auch. Ich, wir auch. Ich ja auch. Alter, Alter. So. Huch. Hab ich jetzt noch einen? Ja, komm, wir brauchen noch nur Beine hier. So, du. Ich gehst aber da mit hin. Mal gucken, ob der uns hilft, wenn wir den da... So, das sind Wohnhäuser. Haben wir noch keinen Upgrade. So, das sind wir hier. Da ist noch einer. Da haben wir noch nichts. Vielleicht nochmal ein Beet, oder? Ja, würde ich sagen. Damit hier genug zu essen, auf jeden Fall, auf den Tisch kommt. Lagerhaus. Verbesserung. Was dauert alles noch? Was wir brauchen, wäre... Ah, ah. Jo. Okay. 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 Ich hab mir gerade mal so durchgelesen, was meine Gebäude da können. Oder was ich mir da bauen kann. So. Die hab ich auch. Hab ich das Ding schon? Nee, das Ding hab ich noch nicht. Können wir uns ja mal... hier an die Seite pflanzen. Baut das jetzt einer von euch? Ja? Warte. Achso. Achso, das ist auch noch nicht fertig gebaut. Kannst du das mal fertig machen? Okay. So, Jungs. Ja, Shevin? Ja, nicht ihr. Ich mein meine Jungs hier. Kleiner Tipp, Dana. Wenn du die Lagergrube baust, stell sie in die Nähe von der Nahrung. Deine Baustellen und Säcken. Ja, die Sache ist ja die... Ich kann ja... Hier werden ja die Lagerdinger... Das sind einzelne, die laufen. Die Lagergruben, wir haben ja hier Essen. Es geht ja nur da bis hier alles schön... ...ausgebaut ist, weißt du. So. Ich weiß, dass sie weit laufen müssen. Das sind, glaube ich, fünf Stück, die laufen jetzt weit. Ich... Gib mir Mühe. Aber ich baue... Ich will jetzt gerade meine... Was ist eigentlich das Einheitenlimit? Weiß das einer? Bitte? Was ist eigentlich das Einheitenlimit? Also insgesamt. Das weiß ich nicht. Weiß das einer? Weiß das einer? Ich baue mal so einen. Ich baue mal so. Ich baue mal so. Dann baue mal nochmal. Na. Ja, viel haben wir da noch nicht. So. Jetzt wollen wir gucken. Hier gehst du auch bitte mit. Was haben wir hier? Mausoleum. Mausoleum. Das Ding ist noch nicht fertig gebaut. Will das mal einer von euch fertig bauen? Nö. Nö. Neunt. Neunt. Ne, du nicht. Du bleibst hier. Du bist ein Arbeiter. Du bleibst hier. Das ist schön hier. Ah. Besuchst alle. Hehehehe. Kann ich dich... Soll ich dich da hinschicken? Nee, da will er nicht hin. Okay. Läufst du von alleine? Oder wie ist das hier? Geh mal da hin. Geil, ne? Vielleicht können wir dich ja gebrauchen. Aber auch nur vielleicht. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist das? Ne. Okay. Die haben wir doch schon. Haben wir auch. Ne, die haben wir nicht, oder? Ne, die haben wir noch nicht. Oh, mir das Ding. Bin mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. So, da haben wir das. Da haben wir das. Tana, sitzt du rechts oben? Nein. Okay, gut. Warum? Och, nix. So, was kann das Ding? Ah. Ah. Aha. Wo ist denn wir da von allen? Uh. 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 warum er denn da ist dahin ist bei dahin mein gott schon ein bisschen komplizierter kauer reißen nicht das was ich dachte okay bitte was inwiefern kauer reißen nicht das was ich dachte also im in der im training ging das schneller ne ach das bist du wer ist dann links unten das ist die kai und ach so ich dachte es bist du weil in dem moment wo ich das wusste ich nicht ich wollte jetzt nicht ach so ich habe dachte du bist links unten weil in dem moment wo ich links unten angegriffen hatte das allererste mal hast du was gesagt wer eigentlich gelb ist und gelb bin ich ja da war ich nämlich gerade mit dem blauen im clash ach so ah scheiße warte mal gerade ich glaube das problem ist so kann ich den haken hier nicht rausnehmen ok was für mich ist alles rot ok deswegen für mich ist alles rot zu die farben nicht von uns deswegen ja also du willst bei mir zum beispiel blau gelb dana ist lila rosa irgendwas dazwischen und die kai war blau ja genau das ist es nämlich halt weil die kai habe ich eingestürt die kommt jetzt mal nicht aber ich muss sich ja komplett wieder neu aufbauen ist nur der eingang das wusste ich nicht schon die warum hey wo sind denn die ganzen leute hängen oh lol ah da da kommen sie ich verliere hier meine einzelnen leute die stehen hier einfach drumrum ich verliere hier meine einzelnen leute die stehen hier einfach drumrum ich will also das Guten Tag, Herr Honky! Hallo! Hallo! Sag ich doch, jetzt wird Hana mich einfach rüberrennt. Da kann ich nichts dagegen machen. Burn! Halte durch! Halte durch! Ja, von deinem Schlag Droney konnte ich mich so schnell nicht erholen. Das wusste ich nicht. Halt sie einfach auf! Da kommt die berittene Armee. Alter, wo hast du diese jetzt alle hergeholt? Bist du das Droney? Ja! Das ist Droney, ja. Jetzt macht Droney mich ganz glatt, oder was? Nein, 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 du baust dich jetzt wieder auf. Du baust dich jetzt wieder auf. Oh, ja. Ist das Häuschen? Ah ne, das war Frontier, ne? Das hier war mal. Ich hab noch gar keine berittenen. Hä, Stallungen? Hab ich hier nicht. Ach, das sind ja Tierchen, cool. Futter. Ich hab hier noch keine berittenen gesehen. Ich hab hier echt noch nichts berittenen gesehen. Ne, lag er. Ach, Quack. Droney hat sich wahrscheinlich komplett um meine Base herumfunktioniert. So ungefähr. Wenn der bei mir rein will, der kriegt Schläge. Du gibst Bescheid. Du kommst dir nicht vorbei. Äh, kommst du nicht rein? Schau dich an. Dies Arsch, das Arsch, das auch Arsch, alles Arsch. Du bist, glaub ich, einer der Krieger. Die sollen nicht mehr hier hin. So hier. So hier. Und du baust hier bitte mal. Du bist angegriffen? Ja. Ach, jetzt kommt Drowny und mach mit dir Platz. Aber Honky warten lassen, bis er sich fit ist, ja? Traut euch auf. Also ehrlich. Ja, da hab ich keine Chance. Du hast gerade alle meine Krieger Platz gemacht. Was? Okay. Dann geh ich zur KI. Dann hat's, da ist ja Quatsch. Wir sind nur noch Arbeiter. Ich bin gerade am aufbauen wieder. Wieder? Bist du angegriffen worden oder wie vorhin? Du hast mich gerade platt gemacht. Du hast mich gerade... Ach so. Du hast erst... Ich hab... Ach so, lol. Ich hab gedacht, das waren nur ein paar Einheiten. Nein, nein. Ach so, Entschuldigung. Du hast uns beide überrollt, Drowny. Ich bin gerade wieder am Sammeln. Tut mir leid. Ich hab gedacht, das waren nur ein paar Einheiten gewesen. Nein. Nein. So. Jetzt haben wir zwei davon. Brauch ich da gar nicht, oder? Oh, das hier ist die, glaube ich, Größerung, ne? Nee, das ist die gleiche. Wie konnte ich so ein Ding zerstören? Wollte zerstören? Nur irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich das irgendwie verschieben? Nee. Nee. Obwohl, geht schneller bei der 2 aus. Eigentlich geht... Kann man die doch... Man kann die... Ja. Nochmal von vorne. Du kannst mir... Eigentlich kannst du mir die doch zerstören. Weil ich hab die jetzt so nah nebeneinander gesetzt. Egal. Ja. So, Jungs. Ihr beide geht hier... Bären. Laufen die jetzt noch? Nee. Du... Bären. Ja, komm hier. Du da. Du du da. Ist das Ding voll, oder was? Nö. Du auch da. Ich vergesse immer, dass ich Rechtsklick machen muss. Der hat uns Drowley direkt aus dem Leben geholt, wa? Okay. Er hat Maschinenheit eh platt gemacht. Ja. Stalkst du? So. Okay, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und jetzt? Ja, wir bauen... Wir bauen auf. Warte. Jetzt treffen wir uns alle in der Mitte. Ja, kann man machen. Was hast du die... Wer ist blau? Die KI? Blau ist KI gewesen, ja. Wahr, ja. Der KI ist down. Jo. Ronny hat mal eben die KI aus dem Spiel geworfen. Weil ich das kann. Wow. Wow. Heftig. So. Ich hätte gern mal... Das ist ein Upgrade. So brauchen wir 300 Kristallen. Brauchst immer so viele Steine für, ne? Kann ich drüben nicht auch noch rechnen? Ne, das ist... Ups, 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 Ups. Ups, krall da. Ähm. Du stehst da auch noch so untätig rum. Da kannst du mal den abmachen. Schafft das hier hoch? Wo läuft der denn jetzt? Ach, der läuft da rum. So. Das war hier, ne? Oh, wir müssen... Wir müssen alle da hin. Du. Da. Du. Da. Du. Da. Wenn sie nix zu tun haben, ne? Da. Da. Da hin. Du baust. Ja, zwei Mayo Manager. Nein, kein Beet. Nein! Geht das nicht zerstören? Nein, aufhalten So Das Ich lade Da hin Mann, 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 Mann Ja, was denn? Macht der da? Okay Aber bis du hier die 300 Steine zusammen hast Dauert auch immer ein bisschen, ne? Da ist noch Stein Gebt mir Bescheid, wenn ihr so weit seid Gebt mir Bescheid, wenn ihr so weit seid Ich werde angegriffen Wo? Von mir nicht Honky höchstens Ne, ne, nur so einen einzelnen People Nur so einen einzelnen People, den ich hier gerade Zufälligerweise gefunden hatte Ja, am Kristall, wo ich dran war Baut der mir meinen Einzelnen People Jetzt baut der genau drei Meter neben mir ein Lager Ist das wahr? Ich lasse euch da mal spielen Ich lasse euch da mal spielen Mache ich die jetzt falsch markiert? Ja, natürlich Rache ist Blutwurst Honky Ja, mein Krieger ist gefallen Ja, mein Krieger ist gefallen Sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid Mit zanken Ja, die Ja, die Die Das hat er weggebracht Ich hätte früher auf die Heiler gehen müssen Ja Muss ich wieder helfen Ja, der macht sich bei mir hier bereit Jetzt Ja, ich habe hier oben selber nichts mehr an Kristall Ich lasse euch mal zanken 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 Ah, hier wusste ich mein Haus aber auch, da die Erweiterung auch machen können. Na, endlich! Aber die dauert so lange, ne? Ist ja schon wieder Turm weg, Fonky. Nope. Ich hab bei dir gerade gar nichts gemacht. Das ist das, was du jetzt? Ich hab die Leid geblieben. Ich hab die Leid geblieben. Ich hab die Leid geblieben. Okay. Ah. Alles klar. So, ihr könnt dann mal hier. Hier mit hin. So. Oh, da sind selber Dinos. Ja. Okay, wollen wir sie länge ziehen? Hm? Ja, das Problem ist bei mir... Ja. Ach, warst du das? Oh. Ja. Was ist das hier? Ah. Ja, der überrennt mich jetzt einfach. Der lasst mich eben nochmal den letzten bauen hier. Mal gucken, was da kommt. Überrennt sich jetzt da oben. Oh mein Gott. Ich konnte mich von den Einschlag eben halt nicht wirklich wiederholen. Okay. Das hat einfach zu lange gedauert. Was haben wir hier? Ah, okay. Na dann, mal warten. Ja, ja, der hat sehr viel kaputt gemacht. Ja, Mann. Bis du das wieder alles fertig hast, ne? Eigentlich hatte ich nicht viel. Ja, für uns war das immer viel. Nein, kaputt gemacht. Ja, doch. Was sag ich? Okay, die Einheiten, okay. Und vier Türme. Das war's. Ne? Kleiner Tipp. Ich weiß nicht, wie ihr baut. Ihr könnt mehrere Arbeiter zu einem Gebäude schicken. Die bauen das alle auf. Das geht also dann deutlich schneller. Falls euch das... Ne, darum geht's nicht. Also im Training habe ich das ja auch schon mal gespielt. Und da habe ich zum Beispiel auch wesentlich schneller berittene Einheiten gehabt. Vielleicht habe ich einfach die falsche Rasse gewählt. Ich weiß es nicht. Gut, ich hatte da die gleichen, die ich jetzt habe. Die wilden sind das. Mehr hatte ich da nicht. Ja, die, die du hast, die habe ich im Tutorial gehabt. Die haben sehr schnell ihre berittene Einheiten. Weil du baust ja von vornherein eine Militär. So ein Militärpunkt. Mhm. Und ich muss hier für alles einzelne Holter bauen. Das eine sind die Heiler. Das andere sind die Golems. Da! Ne? Und du baust eine Hütte für alle. Ne? Deh? Warum? Und du? Und hier baust du... Ich hab halt hier... Was ist das hier? Ähm... Ja, steht da drauf. Ich hab hier eine Schmiede, dann habe ich hier eine Hexenhütte, Hexeniebäumchen. Da kommt er und mein Golem ist noch gar nicht fertig. Verdammt mich. Da ist mein Golem. Mein Golem? Ich kann Golems bauen, hier. Cool. Achso, du bist ja was ganz anderes. Ja, ich bin ein Nekromanz. Ach, stimmt ja. Ja, mein erster Golem und du hast ihn gleich. Ja komm, mach. Konki ist aber noch nicht tot. Nein, weil er irgendwo ein Gebäude noch hat, was ich noch nicht gefunden habe. Hast du noch nicht gefunden? Du bist dran vorbeigerissen. Ich weiß wo, ich weiß wo. Ich sag das hier gerade. Guckt euch das an. Ja. Konki, dann müssen wir uns glaube ich geschlagen geben, oder? Ja. Klonk! Hä? Ja, ich sag mir nur Klonk. Guck dir das an. Was statt der Bevölkerung ist aus... nein. Obwohl, ich hab ja noch ein paar Krieger, ne? Die können ja theoretisch... Theopraktisch... Sicher geben, genau. Ne. Bitte. Irgendeinen nehmen wir noch mit in den Kampf. Äh, in den Tod. Okay. Drei, zwei, eins, down. Alter Schwede. Ne, das ist nicht fair. Das wär nicht fair. So, der hat jetzt die... die Haupthütte hat er weggerissen. Guckt dir dann an. Der rasiert ja. Ja, die sind auch... wenn ihr so seht, die leuchten ja. Die sind übelst gebufft. Ich hab alles. Ja, ja. Die sind übelst gebufft. Au. Da, guck es dir an. Guck es dir an. Alles weg. Ne, Tod bin ich auch noch nicht. Da haben wir irgendwo noch Einheiten stehen. Oder Gebäude wahrscheinlich. Hm. 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 Jetzt lass... Also, hier war noch eins. Ja, da ist noch eins. Ich frage, ob das das letzte war. Nein, immer noch nicht. Och, ey, ich hasse es. Das ist doch langweil. Ah, okay. Ey, das ist ja klar. Irgendwo ist noch irgendwas. Ist ja logisch. Hoki baut sich neu auf. Ach ne, ist das alles von dir, Tana? Die Sachen hier? Ich muss das echt irgendwie einstellen, dass ich das seh. Ah. Aber Axis wurde besiegt. Äh. Jetzt hab ich wenig Punkte. Du wirst angegriffen. Ich dachte, ich bin schon besiegt. Also ehrlich. Hahaha. Da waren noch welche übrig. Ja, Honky seine IPC steht auch noch. Ja, irgendwo gammelt er. Irgendwo hat er wahrscheinlich... Entweder hab ich es übersehen oder er hat es irgendwo hingebaut. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Das ist der Drowny. Wo ist er denn? Ne, das ist Drowny Space. Alter, guck mal, wie viele Hütten der hier hingesetzt hat. Der hat auch wirklich nur die Hütten und Militärlager hingesetzt, ja? Nee. Ich hab schon ein bisschen mehr gebaut. Ach Gott, hier ist ja noch mehr. Ich dachte halt, links unten ist Honky. Deswegen hab ich einfach den Zugang mit den Türmen zugepflastert. Ach guck mal hier. Aber es war gar nicht notwendig. Und die KI hat ja fast nix gemacht. Ach, boah, das gibt... Boah, das stehen. Hahaha. Jetzt reitet... Reitet er die ganzen Map an. Hahaha. Oh, jetzt guck mal hier. Der Kringel ist gelb. Erobert. Und ich bin weg hier. Nix mehr. Nada. Niente. Nada. Was ist das? Hä? War das eine Falle oder hast du einen Schrei noch? Oh, Honky. Oh, Honky. Jetzt rennt er echt überall lang, Honky. Hahaha. oh lol das ist jetzt nicht dein ernst das kann ich auch dass du das noch nicht früher bemerkt hast ne ich hab's nicht gesehen ich hab's erst jetzt gesehen als meine Bauern da rüber gelaufen sind woher ging's nicht hast du doch ein bisschen rumgetraut deswegen hast du Spaß davon gehabt ja ja das ist so wichtig du Arsch alter Schwede zack endlich oh jösses ja immerhin als letzter gestorben immerhin troll beim nächsten mal bist du der erste den ich platt mache ja 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 ja